Musik Malzeit herzlich willkommen beim Radio Videomagazin und einem kleinen Rundgang über die Frühspröden-Talkirmes in Krefeld. Ja, auch im Jahr 2016 findet im Frühjahr wieder die Spröden-Talkirmes in Krefeld statt. Und das Ganze geschah vom 22.04. bis zum 1.05. Und auch diesen Rundgang machen wir wieder wie den letzten Rundgang über die Frühjahr-de-Talkirmes. So ganz einfach rausgesprochen, ohne vorbereiteten Text und ohne viel Haiti-Taiti. Einfach so, wie wir über die Kirmes gelaufen sind. Und ja, wir sind gegen den Uhrzeigersinn gelaufen, also kamen vom Parkplatz aus, der ja zur Kirmes gehört. Und neben Gastro-Betrieben und vielen Gewinn- und Glücksspielbuden gibt es natürlich auch erreichlich Kinderattraktionen und vieles mehr, was wir alles hier auslassen werden. Wir kümmern uns halt nur um die Großfahrgeschäfte. Und das Erste, was dann natürlich auf unserem Weg uns aufgefallen ist, ist der Ex-Faktor von Franz Deinert. Ja, das Ganze ist eine Anlage vom niederländischen Hersteller KMG und nennt sich Freak Out und wurde im Jahr 2004 gebaut. Und schleudert bis zu 16 Personen pro Fahrt durch die Gegend. Schräg gegenüber davon steht Willi der Wurm von Bauermeister. Das Ganze ist, wie man es natürlich jetzt direkt schon im Video erkennen kann, ein Wäcki Wurm, Schrägstrich Big Apple. Und ja, absolutes Standard-Layout. Und doch bei diesem Kiddy Coaster, der übrigens eine Fläche von 22 x 14 Metern einnimmt, kann man dazu sagen, dass es einer der Schöneren ist, die es von diesen Anlagen gibt. Und die sind natürlich unzählbar viele. Wenn man dann weiterläuft, läuft man direkt auf den Autoscooter von Lohsen zu. Und ja, ich finde immer, das Ding ist da eigentlich ziemlich gut platziert. Der steht halt auch jedes Jahr, beziehungsweise zweimal im Jahr da an der Stelle. Und sieht echt nice aus an der Stelle. Und vor allem die rundum laufenden Spots, die auch noch beweglich sind, gefallen mir bei diesem Autoscooter sehr gut. Und wenn wir schon bei einer Attraktion sind, die eigentlich bei jeder Veranstaltung an der gleichen Stelle steht, in Krefeld, dann kann man natürlich den Spinning Racer erwähnen. Der gefühlt auch jede Veranstaltung, also zweimal im Jahr an der gleichen Stelle dort steht. Und zwar direkt gegenüber vom Autoscooter von Lohsen. Und der war an unserem Besuchstag erst komplett down, lief später dann aber nach einem Buch der Dunkelheit. Dabei handelt es sich übrigens um einen Maura AG Spinning Coaster mit einem Standard Layout. Ein ausführliches Review zum Spinning Racer findet ihr übrigens auch hier auf dem Kanal. Was aber diesmal aufgefallen ist, ist die neue LED Beleuchtung an den Chasen, die sehr fresh rüberkommt, sehr cool aussieht. Und diese Spaßmaschine auch nochmal komplett abrundet, meiner Meinung nach. Trotz Standard Layout ist das Ding halt immer noch richtig, richtig cool. Dann läuft man noch ein bisschen weiter an einigen Buden vorbei und läuft direkt auf Schloss Dracula zu. Und ja, das ist so, man läuft quasi auf, also es steht an der Stirnseite und an der Ecke. Und dabei handelt es sich dann um eine MAG, zwei Etagen Geisterbahn. Damit auf der Reise ist Schütze und gebaut wurde diese Geisterbahn übrigens 1975. Und wieder führt unser Weg an einigen Buden und Ständen vorbei zum zweiten Autoscooter, Golden Grades von Hartmann. Der ist auch wieder so an der Ecke, an der nächsten äußeren Ecke. Und da ist auch immer super viel los und da knubbelt es sich auch immer ein bisschen auf der Kirmes. Der steht halt auch jedes Mal da. Und wenn wir dann direkt links um die Ecke gehen, findet es sich auf der linken Seite Around the World. Und das ist ein Fahrgeschäft eines niederländischen Schaustellers. Van der Beek ist damit in Krefeld aufgetreten mit seinem Kettenflieger, der bis zu 60 Meter hoch ist. Und ja, eine Fahrt mit viel Aussicht und trotzdem ein wenig Adrenalin bietet. Genau gegenüber davon ist dann Fussis Lachsalon gewesen. Und ja, dieses Laufgeschäft oder Funhaus, je nachdem wie man es nennen möchte, ist von RASCH und wurde seinerzeit von Rite Technik gebaut und das im Jahre 2014. Premiere feierte man dann übrigens auf dem Frühjahrsdom 2015 in Hamburg. Und dabei handelt es sich halt jetzt, wie gesagt, schon um ein Funhaus, Laufgeschäft mit vier Etagen und super vielen, super lustigen Elementen drin. Dazu gibt es dann auch ein On-Ride und ich werde dann in Zukunft auch noch versuchen, ein Review dazu zu machen. Und super interessant ist halt auch, wenn man ganz oben angekommen ist, hat man die Wahl zwischen einer Spiralrutsche, die halt von ganz oben nach ganz unten führt, oder alternativ, das ist das Besondere bei diesem Laufgeschäft, einen Freefall. Man nimmt mit bis zu vier Personen Platz und hat dann einen kleinen Mini-Freefall-Tower mit in diesem Laufgeschäft integriert. Das ganze Ding ist echt sehr stylisch von außen und macht richtig Spaß. Das ist auf jeden Fall ein Funhaus, was ich weiterempfehlen kann, halt vor allem mit dem Freefall am Ende. Noch ein Stück weiter findet sich dann auch auf der rechten Seite dann noch Disco-Dance von Smigala. Und der Hersteller dieses Scheibenwischers ist übrigens die Firma Koch. Das Fahrgeschäft baut einen Platz von 22 x 5,5 Metern, also wie man merkt, sehr lang, aber sehr schmal. Und die bis zu 22 Personen pro Fahrt erleben halt ganz viel Bauchkribbeln und Hui-Momente, wenn das Ding halt in Bewegung gerät. Das ist halt Airtime for the win. Dann, was man die ganze Zeit schon sehen konnte und wir jetzt halt erst richtig erreichen, ist das Liberty Wheel. Und das ist das Riesenrad von Gormans, gebaut 1990 von Mondial. 36 Meter hoch und was hier am meisten auffällt, ist die LED-Beleuchtung mitten auf dem Rad, mit der sich sämtliche Sachen projizieren lassen. Zum Beispiel, wenn die benachbarte Borussia aus Mönchengladbach spielt oder gespielt hat, wird zum Beispiel die Raute darauf gezeigt, also das komplette Logo. Dann führt uns der Weg wieder vorbei an sehr vielen Buden, Losbuden, Spielbuden, Kinderfahrgeschäften und sonstiges, was halt zur Kirmes dazugehört. Und man kommt zum Panic Room. Ja, und der Panic Room ist halt ein Laufgeschäft, schrägstrich eine Show mit Live-Erschreckern, ein Gruselzelt in der Front oder wie man es halt sehen möchte, eine Maze auf der Kirmes. Ja, ich war selber noch nie drin, aber bis jetzt habe ich echt sehr viel Negatives von dem Ganzen gehört, aber da möchte ich mir dann halt irgendwann selber noch ein Urteil zu bilden. Dann schräg auf der Ecke, dann davon gegenüber, stand der High Impress von Oberschelp, die schnellste Bratpfanne der Welt. Seit 2003 existiert dieses Fahrgeschäft, gebaut vom Fabri, vom Typ Kontakt. Und auch dazu gibt es ein längeres Review von mir hier auf dem Kanal. Das Teil ist halt einfach richtig geil, intensiv und verursacht bei mir keine Übelkeit. Und dazu kommen dann halt noch Licht, sehr viel Nebel, Feuereffekte und eine sehr gute Rekommandage. Plus die Optik, die richtig nice ist, ist der High Impress, ein absolutes Highlight auf jedem Festplatz meiner Meinung nach. Und sollte man auf jeden Fall mal gefahren sein. Witzigerweise habe ich bei Facebook zur Kirmes gelesen, dass sich da Leute beschwert hätten, dass es kein Breakdance auf dem ganzen Platz gibt. Und jemand anderes hat geschrieben, dass der High Impress ja quasi sowas ähnliches gewesen wäre. Dann folgen wir weiter dem Rundlauf und kommen zu einem Fahrgeschäft von Altmann Schneider. Und dabei handelt es sich um Poseidon. Und Poseidon ist eine Wildwasserachterbahn des französischen Herstellers Ravenhorn. Und wurde 1985 gebaut, was man der Bahn absolut nicht ansieht. Und das ganze Gerät ist auch noch richtig, richtig schön thematisiert im griechischen Stil. Bietet 13 Boote auf einer Fläche von 21 x 49,5 x 15 Metern. Und hat auf der Strecke Sage und Scheibe zwei Drops verbaut. Und ein Lokflum für die Kirmes. Sehr nice. Und ja, zu guter Letzt auf der Ecke und quasi auch wieder da, wo wir auf dem Kirmesplatz draufgekommen sind, steht der Schlagerexpress von Dresden. Das Ganze ist bekanntermaßen eine Mackberg und Talbahn. Ein absoluter Klassiker auf dem Kirmesplatz. Und damit ist der Rundgang eigentlich auch schon wieder zu Ende. Im Herbst findet die Sprünntagkirmes natürlich ein weiteres Mal statt. Auch da werden wir wieder für euch vor Ort sein und ein Video machen. Wie sieht es mit euch aus? Wart ihr schon auf der Sprünntagkirmes? Oder werdet ihr zum Beispiel jetzt im Herbst auf die Sprünntagkirmes kommen? Und wie hat euch die Beschickung gefallen dieses Jahr im Frühjahr? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten checkt die Reviews und On-Ride-Videos von den angesprochenen Fahrgeschäften. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Das war's von mir. Euer Rofus Ride Review Magazin. Ihr seid die Coolsten und ich bin raus. Peace.